Hallo und herzlich willkommen. Die Digitalisierung von HR-Prozessen ist mittlerweile schon fast ein alter Hut. In vielen Unternehmen haben sich, auch durch unsere Hilfe, Employee- und Manager-Self-Services etabliert. Als Marktführer für ESS-MSS-Einführungen digitalisieren wir seit Jahren HR-Prozesse bei unseren Kunden. Durch unsere Projekterfahrung haben wir auch verschiedenste Lösungen entworfen, die mittlerweile zum Standard in der SAP-Welt gehören. So gehört zum Beispiel unser Mehrarbeitsantrag zu den Top-Lösungen im Self-Service-Umfeld. Die Wartung des klassischen ERP-Systems und damit auch des HR-Moduls Ende 2025. Die Go-Cloud-Strategie der SAP sieht hier SuccessFactors als zentrales neues System vor. Üblicherweise stellt natürlich kein Kunde einfach sein SAP-System ab. Daher wählen viele Unternehmen den iterativen Weg und gehen Schritt für Schritt in die Cloud. Und auf diesem Weg brauchen Sie einen starken Partner, der Sie versteht und der Lösungen entwerfen kann. Wir haben uns im SuccessFactors auf drei Themengebiete spezialisiert. Erstens auf die Einführung von Employee Central. Das ist die zentrale Datenbasis und Dreh- und Angelpunkt des neuen Cloud-Systems. Zweitens auf die Integration von SAP und SuccessFactors für eine Übergangsphase, das heißt für die Bewerkstelligung eines stabilen Parallelbetriebs. Und drittens darauf, die Einbindung Ihrer aktuellen Lösungen vorzunehmen durch unsere Shared-Service-Spezialisten. Mein Name ist Guido Klempin. Schauen Sie sich ruhig einmal um oder kontaktieren Sie mich direkt. Ich würde mich freuen.